Das nur passieren. Oh, okay, was hat doch gerade angefangen gefehlt. Ja, ich hab ne Pause gemacht. Schau mal, was hast du zuerst noch gemacht? Das sind Mac Drive gegangen worden. Meine Minibar. Mac Drive. Mac Drive, ja. Keine Ahnung. Hoi, ist die Schneidbahn, ne? Gib dir auch die Minibar. Die Mac Minibar. Da ist der Rekommand, der durch C5. We got a lot of Snipers. Hard spotting. Bleibst du da stehen oder machst du immer noch? Ach so, der Du. Was? Oh, hast du schon mehr Gamma hinter uns? Wo war dein Gamma? Das war unser Startpunkt. Ach so, schon weit weg. Beinahe einmal rumgerannt, ja. Wo wird denn mein Mac hier angezeigt auf der Mac? In der Mitte. Ne. Bin ich doof? Oh, da ist was. Meint! Ich hab Seismic D6. Meint! D6 direkt vor mir, Seismic. Einfach, ist gut. Ja, Charlie, 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 Charlie. Ich guck mal zuerst, lieber. Was hier? Charlie, 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 Charlie. Charlie! Nein, meine Arquete sind zu spät gekommen. Oh, wie gesagt, Delta 6 ist jemand durch. Er kommt. Der Hotel hat da oben. Der Meta-O-Gut. Der Meta-O-Gut. Ich auch. Wir heizen aber nach hinten zum Team. Der Meta-O-Gut. Der Meta-O-Gut. Der Meta-O-Gut. Wir machen ein Mörder-Deathball auf den Feind. Irgendwohin. Ach du Scheiße. Arschbombe! Bravo, Föhr. Oh, hinter mir. Böse, böse. kämpft team steht in meinem art team läuft durch mein art gut die kugeln auf ich würde gerne auf die drauflegen aber dann weiß ich dass unser team hin ich habe ihn gleich jetzt bleibt aber irgendwas noch so täter zu täter warum wir brauchen keinen kopf mehr fast mehr ich habe die kamen die idee gekriegt ich habe sie für dich weich geschossen jetzt wird man nicht überheblich sonst schießt ich auf dich das waren volltreffer so rein akustisch und von dort richtig schießt ihr auf mich da oben ist irgendwas da das ist der andere madoc eine sagt ich wohl ist kein richtig wenig beschissen ist da unten ist noch was da reichlich ist hier einfach ein hill ist hier als als widerlich schießt mir drücken und maybe kilo macht ihr mit natürlich bin ich bin auf der anderen seite gerne ist gut wenn er hoch kommt zu dir weil mich ist auch noch rechts von uns noch einer ich bin halbiertig denke aber und bis sie mich wollen das ender hat er von india mein raketen hat er nicht befehlen wo sie hinschlingen sollen auf auf ihr tun nicht totgehen die tun alle nicht totgehen nein der geht auf mich oder sehr gemein er ist abgeschaltet er ist lieb immer noch nicht cool das ist eines der spiele die niemals hochgeladen werden warum zu recht das heißt nicht warum zu recht sondern womit mit recht vogel aber gut auch das ist ein witz über den wir später nie wieder lachen können weil es ist keiner sonst zu sehen und ich es danach wieder alles abstreite ich guck jetzt weil wie zu der lebt wenigstens noch der gibt sich menschen was hättest du gewonnen bei wie ich habe noch gekämpft und so weiter aber wenn ihr es nicht hinkriegt warum möchtest du mich teddy hat sie nein höchern dauernd ich weiß nicht warum wenn er mal wieder schießt und so das ist total doof wie ja und so ich Vielen Dank.